hey aber es sollte maybe sollte es funktionieren i hope i hope i hope i hope herzlich willkommen boys and girls ich denke mal wir sollten noch zu haben ich verstehe mal nicht warum dieses scheiß stream-black-plugin jedes mal broke ist alter es ist einfach eine qual alter jedes mal und das ist das stream der team von mir jetzt ok sehr schön herzlich willkommen zu unserem neuen live stream wir spielen heute Red Dead Redemption so Leute wir haben es Montag den 6.02.2023 und wir haben es 18.06 schön dass ihr da seid um ja ich habe erstmal das geschafft also nicht geschafft ich habe irgendwelchen Streit mit meinem WLAN hier Alter warum auch immer geht das eine WLAN hier nicht es ist kein Internet da zumindest sagt dieses tolle Telefon hier es ist kein Internet wer bin ich schon wer bin ich schon ja irgend so ein komischer Kekko ja der sagt ach geht nicht nein das Telefon sagt dann geht nicht ja glaube ich ihnen zwar auch nicht weil sonst hätten eine Menge andere Geräte auch Probleme haben sie aber nicht vielleicht mag das Telefon einfach die scheiße nicht verstehe ich zwar nicht weiß ich immer funktioniert hat bis jetzt aber ey wäre nix neues so ja literally nix neues so wie es ist gibt es hier irgendein hässliches Software-Update für die alle Kiste hier gibt es sogar sehr schön warum mir das nicht angezeigt hat weiß ich auch nicht muss erstmal nachsuchen ähm lasst sich man nebenbei auch das neu starten ich hoffe dass ich nicht das falsch jetzt ausmacht bin gleich mit internet disconnected neu start ja jetzt habe ich das neue äh jetzt sind natürlich das abdecken oder das ist mir egal so wir wollen heute ein bisschen Money verdienen eine Menge Money verdienen natürlich ja ähm gucken was ich so an an Visionen und ach ich muss jetzt mich gedrückt halten ich verstehe mal nicht wie ich was machen muss und gucken was wie viele Quests hier noch offen haben angehen müssen wir noch aber angehen was das nicht sind ich bin noch voll so ein bisschen fiesch aber natürlich kein Wissen ähm da gibt es die Dutch Vision da gibt es die Molly bla die wird zu Molly würde ich sagen oder sagt unser Camp unser Camp hat Hunger die haben schon wieder Hunger die Knechte alter kann aber nicht sein die wollen auch nur noch essen oder spenden ja immer ein bisschen geiles Food gut ich weiß nicht kann ich es voller machen es immer so schnell leer ist keine Ahnung wir werden es sehen ich kann es sehen das ist ja nicht eh ich weiß nicht okay mal gucken ich hab ich hab hier ich verstehe eh iPhone immer noch nicht ne es ist so weird aber weil sich die Punkte was die F*** warum gehen manche Sachen nicht aber ey ist es okay Molly das ist meins Frage ja gewesen heute wieder Okay Oh, was? Mm-hmm Oh, okay, was? It's easy and I'll only take a small commission for my information But it's now or never Then it's never Oh, God help me Fine, I'll do it Well, what is it? It's a supply wagon carrying payroll But very briefly unguarded, apparently As it passes through a crossroads near here Where there's an old ruined church Yeah It connects with the rest of the wagon train Very easy pickings As long as we get paid or you get shot, I'm happy You are a sick man, Arthur Morgan A very sick man indeed And then we'll take a small scale of money, would I say, right? Hey, how do you get winded this old man? Hey, how do you get winded this old man or whatever the hell you been doing? I've been getting down the business Einmal theorie, dass ich, wenn ich Kaffee getrunken hab Und das passiert Hey, what do you think of that, oder? Kaffee getrunken? I have tea with me Ah, I have doch Kaffee getrunken Beim Imbiss meines Vertrauens Der war echt kakater Kaffee Der war echt kakater Kaffee Aber der ist meistens nicht gut da Also an den ganzen Imbissbuden Excuse me, fährt doch mal los, der ist stehen Ich hab hier auch in den Wagen gefallen, ne? Ich hab geschnärmt, das Hals dran zerlegt Oder was das ist Wenn? Sam? I'm Williamson Christ's sakes I should be due anytime now Let's keep this quiet and clean Nobody needs to die here There! You see you gentlemen? Haha, just like clockwork Steelcarabiner Springfield Gewehr Oh die Mhm Wertele Mit den Wagen geschritt Okay Stop the wagon! I said stop the damn wagon! Woa! Oha! Aha! Don't try anything stupid And we won't do anything of kind You know I don't, I don't want to get shot But this is a mistake I work for Cornwall Kerosene and Tong Mhm Ja ja, ich lebe auch Oh! He'll miss it Okay Why don't you check out round the back? Arthur, help me out here Mhm, 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 mhm Schauen wir mal die Träume hier, das Rille. Buddy! Ich denke mal, oder? Oh, okay, das ist gut. Das ist gut. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Umziehen da im Vorgang. Vorgang mit der Bande. Ja, ja, okay. Wir kriegen es hin, bestimmt. Hoffentlich. Shit, Alter, die sind unsere Zelle, das ist nicht gut. Oh, kacke, Alter. Aber ich, bis jetzt? Oh, da sind sie. Da sind sie. Aber ob sie ballern, ich weiß es nicht. Keine Ahnung was, ob wir jetzt irgendwo weg retten sollen, oder ob wir jetzt einfach... Ist es jetzt so autorenntmäßig leid, oder was? Oh. Oh, jetzt ist der da. Oha, Alter. Was ist so? Let's go, let's go. That one almost hit you. Come on. Come on. Where's the? How are we going? Get out of here. Here you go. What kind of dumb witches? Dig in, boys. Come on. Shit, Alter. Der Apfel ist echt der Shotgun, ganz geil, ne? Yes. Nice. Oh, nice. Sind wir jetzt gekommen? I don't know. We can't risk leading Cornwall's men at camp. Alright. Excuse me, du musst fern, Alter. Ich hab leeren. Du bist da dagegen gerannt. Kick dich. Man. Arthur. Komm. Meine Güte, ey. Ruck, ich hab nichts gemacht. Mir egal. Witzig. 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 Alter, ist das einfach gescriptete Wege? Ist das doch dumm, Alter. Ey, das sind einfach gescriptete Wege, aber keine Chance. Okay. Charles, du kippen jetzt nach. Sicher. Witzig noch nachspielt, dass wir dir ausgeraubt haben. Ah. Du denkst nicht überhaupt, dass es einfach ohne Konsequenzen bleibt, ne? Ja. Ja. All right. Let's try and get out of here. Shit. Absolutely. Now shut up, old man. Oh, look, I was just trying to... Shut up. There's a light. There's a light. Over by the house. Damn. Get out, yeah. I didn't know. Let's just... Keep this going. Don't shoot. See what happens. I ain't got nothing wrong, Mr. Hmm. So we do once or once? Is this your place? Kinda. And you didn't hear nothing? I... Why don't you just tell me, partner, what you heard? Mm-hmm. Tell me what you heard. I don't... Gar nichts? Sicher? Mm-hmm. Mm-hmm. Oh, shit. Oh, 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 oh. Nicht gut. Das... Kommt nicht zu mir, ey. Bist immer zu laut. Oh, ist ja schlimm, ey. Die kommen runtergelaufen, müssen jetzt auch warten, bis die hier sind? Ich weiß noch nicht ganz, was ich davon halten soll. Oh, oh. Oh, okay. da hier. Ich sehe nicht mehr Hörsen. Komm schon, wir gehen zurück. F***! Das Platz ist leer! Sch***! Oh f***! Oh f***! Es ist so, dass wir uns schütten? Geh raus, Fällers! Du hast nicht mit dem falschen Fällers gebrochen! Geh raus! We got more of the bastards on this side! Where are they all coming from? Looks like Mr. Kornwall's gone and up to security! Geh raus! We got him back here! Nicely done, Bill. Was jetzt ist das? Ich treffe nur noch. Okay. F***! Ja schön, der ist auch weg! Klocken, der ist ein stretched out- Blech, oder? Sehr schön. Oh oh. Excuse me what the fuck? So. Shit ey. Ja shit, ist auch weg. Lille Ficker. Denken. Hallo? Der ist auch nicht dead, oder? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh shit. Kacke ey. Raus hier, ja komm. Schneller da. Na ja. Da gibt's noch Nachschmerz, dass wir den Mann geklaut haben ey. Kacke ey. Hätten ein paar Biscuit und so die andere wir holen sollen. Die holen uns eh nicht bei. Wir rennen weg von denen. Drücken wir unsere beiden Kerne halt vergoldet. Was ist das? Schlafen glaub ich, oder? Das ist schon geil was mit dem Nebel hier, dem Mondlicht. Mhm. Okay komm. Ja. Das teilen wir uns also auf. Ich verstehe. Das wird sich verwirren. Ich glaub nicht. Ich meine jetzt, ich aufsehe jetzt keine krass überraschende Taktik, oder? Ja. 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 Lautes töten. Was ist der Fick? Ey, warum konnte ich hier nichts machen ey? Es wird doch gar keinen hier im Wald, ey. Oh Mist, ey. Er ist übereingekillt von denen. Das ist wirklich für uns. Oh Scheiße! No! No! Oh Scheiße, Lisa Berry, Alter. No! Why? Kacke, ich bin wieder was saufen, ey. Ach kacke, ja. Ihr seid willkommen, wie war der Tag? Tschüss, tschüss gemacht. Ja? Hallo? Ja. Ich möchte bitte schießen hier. Oh, halt mit euch hier. Was hat's schönes gemacht? Irgendwas tolles? Irgendwas, irgendwas beeriges oder so? Ja? Und ja, da kriegst du das was am Ende zu legen. Ja, so Scheiße, ey. Kacke ist der eben. Ja, sicher. Aber jetzt haben wir einen Kornwall auf der Seite. Es war ein ehrliches Versuch. Ich glaube, es war ein Kornwall. Warte, ich bin... Kann man sich das schon mal an? Ich bin ultra abgegeben die ganze Zeit, oder? Nur abgegeben. Bestimmt willst du ein bisschen Wasser, ja. Genau wird's sein. Ja, ja. Man könnte aber sagen, er möchte Wasser, ja. Hm. 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 Du hast, glaub ich, auch ein iPhone als Telefongerät, ne? Alter, ich verstehe es nicht, ey. Ich bin ein Wähler hier zuhause, der sagt, ey, ich hab kein Internet. What the fuck? Ich bin beim anderen Handy drin, alles cool, alles schick. Hab das wieder gelöscht. Hab's dir noch ein zugefügt. Ist eigentlich ein Problem. Geht kurz, dann geht's nicht mehr. Hab das Handy neu gestartet. Immer noch da. Ich bin so maximal confused. Ah, ah, so fucking neu. Ich nutze nie iPhone, aber ich bin... Weißt du, was ich bin, Max? Ich dich erinnere. Ich hab keine Ahnung. Ich bin Max. Ich wäre verwirrt. Ah. Lecker, lecker. Ja. Get out of here. Every man split up. Go on. Run. Quick. Good luck, Jensen. Stay quiet and move. Ich hab ein Biskuitor. 200, Alter. Beutanteil. 400. Yo. Man, das ist so. Sad. Kann ich looten die kleinen Ganoven hier? Ich kann sie plündern. Geil, Alter. Geil. Was? 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 Ich hab' das alles falsch. Ich hab' das alles falsch. Du verdammt. Ich hab' das alles falsch. Du verdammt. Ich hab' den Schmuck mit. Ich hab' den Schmuck mit. Den Schmuck. Den nehm' ich gerne. Ich muss dieses Karol von der Mauer. Mann, das fuckt mich ab, ey. Ah. Oh. Nicht den Ernst, oder? Der Ficker hat's gemeldet. Oh, Kacke. Ich hab' mich irgendwie gekillt, aber ich hab' nicht. Ist das gut? Ich muss kurz hier noch eine geile Waffe auswählen. Ja. Ist okay. Komm. Schneller. Komm. Los. Weg hier. Meine Güte. Was ist die Kopfhörer noch ankommen? Ne, ich Kopfhörer krieg' oder sowas dann halt dafür. Oh oh. Da kommt welche. Was zum Fick? Michael! Wo kommt die denn jetzt her? Oh. Du kanter sair. Leit. Ein Vatic gathering. Fickt euch doch. Ohんだos. Was ist denn der scheiß. excuse you what the fuck also jetzt dann wirklich was soll denn das du bist Leute das looten jetzt war nämlich schwer hier zerstören Allah nee so nicht hier die Firma das heißt richtig oh je weil sie ein Noob sind haben sie mich jetzt nicht gefunden das ist gut aber ey what the fuck gleich mal 60 der Kopfkett bekommen cool und wenn ich mich gespawnt mit einem Noob oder was ist ja geil die ist ja richtig cool die reiten eher nur die offiziellen Wege lang die reiten sich einfach so ein Körfeld ein das ist gut oh 60 der Kopfkett ist aber cool kann ich von 100% erstmal 60 abgeben für Kopfkett oder was ey wo waren wir denn eigentlich gewesen mit unserem Dings hier ich suche die Hütten ein die wo wir waren aber ich glaube das sehen wir nicht mehr oder müsste gleichen sind wir nicht mehr naja ok was soll's einfach zurück ins Camp ne ja da ist mir in die Stadt rein ach scheiß Kopfkett so ein so ein Dreck Alter dann spawnen sie uns die da ich muss jetzt mal ein bisschen klarkommen wie sie jetzt das machen diese ähm wie das funktioniert mit dem Kopfgeld und bla und wie sie jetzt die die ähm Scherister spawnen und bla das ist die ganze Mechanik habe ich ja nie so richtig erlebt ein bisschen gewirksbedürftig das ist ok ich bin nicht in diesem Bereich drin ich bin in easy piece und kam sie auch heute an und ich so ok da bin ich ja safe hier alles gut kann ich ja weiter looten NEIN sie spawnen einfach random in irgendwelche Formen die mich halt direkt identifizieren und sagen ja bruder ok du bist der tschüss und direkt jagd nach mir und Kopfkett und bla oh mein Dreck oh mein Dreck ach ja ach ja testable ach Did� das das fürs war travail ich sch hast hat die oder Pra sold Hallo, Mister. Wer bist du denn? Was ist denn los? Was passiert? Ja, nee, nicht so richtig. Was ist die? Ja, was haben sie genau hier? Ja, wo gibt es denn noch? Okay. Ah, okay. Das ist ein Haus, wir haben noch was. Ja, da habe ich dafür. Gucken wir uns nicht mehr rum. In die eurer Post-Office-Hürde hier rein. Hau auf die Hütter hier! Ja, ich habe den Kopf gehört. Ich weiß nicht, was du meinst. Warte ich nicht. Das ist richtig, okay. Taschen und Taschen oder was? Okay. Das Taschen und ich jetzt so süß ist auch nicht schlecht. Lass ihn bei seinen Hütter wiederholen. Das muss ich halt hier nicht so nehmen. Wir können ihm was machen können, ihm helfen können und so. Ich kann ein bisschen rumballern hier und dann ist das mit dem Kopf, das ärgert mich echt. Das hat 60 Dollar direkt klar, das ist Mord gewesen. 10 Dollar wäre vielleicht ein bisschen sehr ungerechtfertigt für Mord. So für den Pferdenreiter wäre 10 Dollar schon viel, sag ich mal. Alla 60 Dollar? Mann ey, das hätte ich mir auch irgendwie hart reingeschissen halt einfach. Hätte ich, weiß ich nicht. Ich wollte die Noten nicht für geilen Loot gehabt, Marut bis in die Taschen und sowas. Ja, aber. Ach man. Weißt doch nicht ganz, wie ich die ganze Mechanik dann machen soll, nutzen soll für mich. Aber mal gucken, vielleicht lerne ich es dann auch über die Zeit besser zu verstehen, wie ich diesen am besten Nutzen machen muss, damit ich mich nicht direkt finden oder so. Mal gucken. Ich hab mal so eine hohe Framing Attacker zu. Was ist denn los hier? Ist das noch offen? Hey Mister, kannst du mir helfen? Ja. Klar. Dann hab ich mir fertig, Klaus. Okay. Okay. Kein Problem, wir sind nicht weg. Aber ich finde das Verhältnis von Netten zu Verbrechern sag ich mal ist, finde ich so außerdem. es ist nicht so, dass jetzt jemand irgendwie das Böse ist, aber es ist relativ selten, dass es passiert, dass jemand wirklich eine Falle stellt und das finde ich halt gut, dass du wirklich sagst, Alter komm, okay. Du bist ein Echter, dass die meisten Menschen sind gut und wollen nichts Böses, ne. Aber es gibt leider so die, die, die paar, die durchfallen, die V und Äpfel sag ich mal, ne. Die halt den Ruf von allen Kacke machen. So, in etwa halt, ne. So, in etwa halt, ne. Alter, boah, hab ich jetzt schon, zahl mir jemand, fährst du noch, ich helfe nie wieder einen, naja, das ist doch Quatsch. Ja, eure Helfen macht auch Spaß den Leuten, die freuen sich ja auch, die revanchieren sich ja auch, ne. Dafür, dass man ihnen hilft teilweise, manche nicht alle. Manche sagen, ey guck mal hier, ich kaufe dir was im Laden oder geben dir irgendwie irgendwas, ne Karte oder I don't know, ne. Das ist halt echt cool, das halt irgendwas, es hört sich nicht so ganz sinnlos an, du kriegst einen kleinen Mini-Punkt Karma, sondern du kriegst auch teilweise auch irgendwelche anderen sein, das finde ich eigentlich ganz cool. Gucken wir mal, wie oft wir noch diesen Typen finden, der von der Schlange gebissen wird, mal gucken. Ah, verstehe ich ja nicht Seinplatzreiten, ich verstehe. Good girl. Okay, here's good. Ja. Danke schön. Please, let me give you this on account of you being so kind. Nein. Was hat es mir gegeben? Was war das? Uh. Hope I'd never have to be on that horse again, dang animals. Da kam was hochgegangen. Aber ich glaube, das war was, wo wir 15% verloren hatten, oder? Ah, mein, ich muss mich bei der durchschnittlich bleiben, damit es dabei bleibt, halt, na verstehe. Okay. Dann macht sich der Effekt langsam ab. Dann wird einmal, dann wird zu wenig Essen ungewichtig werden, dann wird direkt nicht bei diesem Effekt vorher waren, also alles. Okay, verstehe ich, verstehe ich, verstehe. Ja. Okay. Interessante Mechanik. Das tut's ne Regie, Alter, geil. Das ist nicht schlecht. Ich glaube, man kriegt echt, was zum Beispiel, man kriegt echt wert genug Arsche in der Story, oder man kann noch das Koppelabratis hier pennen, dann kann es einem scheißegal sein, aber auch Mordesäure. Ja, ich habe hier noch Geld, ja. Dass wir das Telefon wieder anmachen, das hat irgendwie kein Updates unter dem Hintergrund. So. Das auch reiche, wenn man sich mit Anruf und ich muss arbeiten oder so, wäre schon gut, wenn's, wenn's äh, entsperrt ist, sag ich mal, ne? Das ist gut. Das ist sehr gut. Alter, heute war richtig kalt draußen, ne? Richtig unangenehm, Alter. Richtig frostig, ey. Bah. Ne? Ich muss sagen, ich hab erst überlegt, sagte, oh, eine Wetterstation, boah, die ist schon echt pricey, also über 100 Euro, das ist für viel, für eine Wetterstation. Aber klar, gut, es hat sich diese außen, 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 ähm, ähm, Supermarkt, so, wo du so einen kleinen Mini-Kackbüttchen hast und so einen Außensensor und so, das ist auch nicht, sondern du hast wirklich so, ey, du hast eine App dazu und du zeigst dir Prognosen an, ähm, und Statistiken, wie waren so die letzten Wochen und Tage so das Wetter und so, und, ey, es ist eigentlich eben ganz nice. Guck gerne mal rein und ich so, allah, fuck, allah, klar, hier der, der Google-Wetterbericht da hat so, ey, minus sieben Grad oder so. Ich so, okay, es ist ja kalb, kurz Wetterstation, ich so, okay, ja, nee, ist versteicht für die Gegend vorher geraten oder minus, ach, was wir jetzt machen, ich weiß gar nicht mehr, ne. Aber Rettlichkeit so, oh, ist kack, wieder geil. Ähm, weil dann halt nochmal, wie noch minus drei oder so, aber das reicht trotzdem, muss halt scheiß, wer da draußen ist und kalt ist. Mhm. Was ist da unten, bitte? Was? Immer dafür. Münzen nehmen, klar. Ich habe Angst, ich keinen Abzug bekomme, die ganzen Glücks von Münzen nehmen, aber ne, ne. Nehmen Sie schnapps, bitte die aller Aßer. Okay. Und das war's jetzt hier unten? 1,325 oder was? Oder 1,3? Ich weiß gar nicht mehr. 4 Münze oder 5. Ich glaube nur 4, ne. Ich weiß nicht genau. Aber, das hat sich jetzt nicht so sehr gelohnt. Zu das Haus. Nach Taschenohrenpistolen. Okay. Okay. Mhm. Aha. Kontrollbuch, Ohr, Pistole. Ich will gerne von mir ein Foto angucken. Nö. Ich will eigentlich alles mitnehmen, was geht hat, ne. Von eben. Ach, wir müssen alten Staff haben. Wir müssen alten Staff haben. Kann's nichts weiter aus dieser Gegenstift sagen. Leere Flasche. Noch irgendwas hier? Das nehmen wir eher noch. Hm. Ich will schon kein Money liegen, ne. Würde mich sehr wundern. Ja. April 2nd, 1870. Dear Mr. Compson. Mhm. Ich bin froh, dass es nicht mehr Arbeit gibt für dich hier auf der Plantation. Oh nein. Ich bin dankbar für die Hilfe, die du uns gegeben hast. Und die Hilfe von deinem Pappi und deinem Pappi's Pappi hat uns vor dir gegeben. Es sind alle Zeiten für uns. Du bist in unseren Gedanken und Wunschungen. Hier ist wirklich Colonel J. Nixon, der Plantation Ascension. Du hast deinen Job verloren im Endeffekt, würde ich behaupten. Irgendwas wollte ich machen. Ich weiß nicht mehr was. Was? Da ist eine Rolle. Das ist der alte Watch. Jetzt die Ledger und die Pappi. Ich bin dankbar für den Job. Hat ich im Kopf? Na, muss ich nicht mehr was machen. Ich weiß nicht mehr. Ich hab' das vergessen. Hm. Die haben uns egal und noch ne. der jahre wir suchen mal das hier, die treppe nach oben ist auch kaputt also ist der bereich versuchen können, eh eingegrenzt ja wo ist der rest, zwei sachen fehlen, eine pistole, aha 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 oh goddammit told you to stay away from the boy, he don't want this heck hm dann nehmen wir die Zettel mit da ist ein Bild wie die Luca und die Szene, ist auch ein Brief ach da liegt er, haben wir das gar nicht gesehen der 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 ja er der der Wolltest du mich grad killen? Oh du bist deiner Ficker Au komm fick dich Töten komm Weg mit dir Wirklich Ziemlich ausrauern eure kleinen Ficker alter Die haben jetzt gar nicht abzukriegt als wir jetzt wirklich ne Viele also die kommen ja und wollen mich Ne? Wollen mich ausrauben Ne Ähm wo ist denn die Pistole? Neh mal mit Das Kontrollbuch fehlt noch ne? Kontrollbuch hieß es glaube ich ja Ich find echt was ich machen wollte ist doch kacke Da liegt ein Messer Blut drauf ne? Ja war zu erwarten Das hat mich echt gewundert ne? Echt gewundert Shit Was ist denn hier unten für ein riesen Keller ey? Crazy Hier sind noch Betten Als ob Right hier sind Ketten Alright Was ist hier bitte passiert? Was ist hier bitte passiert? Was? Aber ich glaub nicht Dass das nicht wieder weit ist Was ist hier 50 Lassen Und 50 mehr Ok Ich glaube nicht Ich kann mehr Man sagte, er hat ihre Arbeit machen Funny Kindes Wie du fragst mich Aber ich glaube du nicht Es ist Es ist Das ist für jetzt Ich hoffe ich werde dass ich zum Schluss der Ende dieser Kriege und die Die Dünne Ich geb nichts weiter zu blässern hier, ne? Ey mir fällt es verdammt nochmal nicht ein was ich machen wollte, so ein Mist. Was ist mit dem Telefon? Ich glaub, was fehlt mit dem Bild, aber ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Oh je. Januar 15, Betsy, 17$. Januar 18, Louise, 12$. May 18, Wilfred, 18$. May 24, Minion Child, 20$. Alter. Kann schon sein, ich setze jetzt nicht alles vor. Oh je. Hey, hey. Hm, gehen wir in die Gegenstände zurück. Jo, klar. Ich werde reagieren nicht zu schnell, wenn du geboren bist. Ja, ja. Ich bin's gut. Ja, mädchen. Ja, schön. Wir müssen jetzt ja. Woanders? Ah, er ist da jetzt. Und uns? Wir sind da. Wir sind da. Doch wir reiten jetzt hier querfel ein, natürlich. Warte mal, wenn ich mal keine Tiere mit den Lasse fangen. Aber nicht alle. Oh, so ein Wildschrank ist ja schon schwer mit den Lasse zu fangen, oder? Ja. Ja. Jetzt wird mir runtergefallen. Warte auf wo es ist halt, ne? Ja. 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 Joht. Und das Glückwunsch hin, hallo? Da vorne déjà, oder? oh ja Weg mit dir, komm! Ha, Alter! Drei Sterne, geil! Das ist ja richtig geil, da kriegt man einfach direkt noch mehr Cash dafür, ne? Würzelnfeld, perfekt, geil! Sehr fett! Guck mal, das ist ein kleines Fell, noch geiler. Oh, mehrere von sammeln. Ah, hier ist unser kleines Zelt! Du hast total von... also wirklich, ne? Also, wenn ich gewusst hätte, was du gemacht hast, hätte ich dir wahrscheinlich nicht gehalten. Dir sollten mir keinen Respekt zeigen. Ich glaube, dass du Sklaven zurückgebracht hast, habe ich richtig verschnappt, oder? Ich will meinen Job, meine Freude, dein Respekt zu einem Mann. Und was über diese alte Scheiße? Hä? Meine Dinge. Entschuldigt nicht, diese Böse haben alles verändert. Ich war ein guter Arbeitnehmer. Ich habe Freude in meinem Arbeit genommen. Die, die, die haben sie weggebracht. Auf meinen Legasien. Oh mein Gott. Einige Jobs sind nicht dafür zu retten. Einige Legasien? Oh, die... Die sind von Pisschen. Was machst du? Das ist meine Geschichte! Ja, kämpfte wohl. Ne. Wirklich. Ja, so weiterleben. Das ist die große Chance, die er haben kann, so weiterzuleben. Jo. Jo. Definitiv. Ich kann an seiner Taten vielleicht noch mehr bedenken, aber ich glaube, er wird sich nicht eingestehen, dass er irgendwie schuld hat, sondern einfach sagen, äh, die haben ja alles genommen, bla 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 bla. Ich glaube, er wird nie sagen, oh Gott, das ist jetzt aber furchtbar. Ich glaube, der Punkt wird nicht kommen. Fuchsfell. Fuchsfell. Jo. Aber ich war eigentlich so nicht noch ein Wildschwein. Da würde ich ganz gut Cash, oder? Würde ich mir vorstellen. Und vor allem Tierfett. Oh. Oh. Ich kann ja jetzt hier, wenn die eine Kuh töten, das wäre ein bisschen doof. Ja. Das finden die bestimmt nicht so toll. Das kleine Täschchen brauchen wir auch nicht. Und zwar ist doch wirklich ein Wildschwein. Aber. Was groß sind, was viel Fälle hat, was auch wirklich was Bärs sein könnte. Ah, hier wieder. Ach, kommen! Ach! Sche... Ehhh. Die Old Clip, komm ich überhaupt nicht so eingeschätzt, dass er da so steil gerade runtergeht, dass er ein Stein ist. Dort nehme ich auch mit. Das ist viel. Aber ja. Greif mich nicht an. Töne dich jetzt. Oh, Alter. Die haben wir alles andere. Er sticht den gezielten Hals und kill sie direkt. Leiden sie halt wenigstens nicht mehr halt. Das ist schon mal gut. Irgendwie ballern am Meer, weil sie da stattgern rauf und rennen hinterher und so. Hirschbockfälle, Alter. Geil. Verstaunen, jo. So könnte ich uns beim Pierce eigentlich auch ne geile Tasche holen, oder? Eigentlich so, weil wir jetzt wissen, wie wir perfekte Fälle einfach kriegen. Die einfach so jagen, meine Gott. So Pierce, guck uns mal ne sexy Tasche raus, da. Die eigentlich haben wir, wo man 50 Dollar im Camp Kasse spenden muss oder sowas. Brauchten wir, glaube ich, drei perfekte Fälle, glaube ich. Irgendwas dafür. Programmisch mal zwei, aber ich glaube, das war ja, das waren drei bestimmte Fälle. Nicht einfach so, bitte random, korrekte Fälle und du kriegst, was du willst. Ne, ne. Natürlich nicht. Mal gucken. Aber hier ist ja Hörschsch und Urlaub was dabei. Aber wir werden sehen. Schon cool, dass ich die mit dem Lasse fangen kann. Macht's halt nochmal einfacher, weil ich mich erinnern und die wird das so fangen halt, ne? Kann man auch gut money machen. Oh, oh, oh. Bist du gewidt? Aber warte, er wollte nicht so lang reiten. Ey, die sind mir zu klein. Das lohnt sich nicht. Wenn wir die auf dem Weg liegen, bietet sich halt an, ne? Das ist ja, wie ist denn hier gekommen? Ich bin hier. Was? Was ist der Krad? Ja. Ja. Was zum Fick? Was zum Fick? Ja. 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 Alter, du, Alter. Dreh, ey. Was ist denn das? Wo weißt du dich denn mal wieder los? Ach, guck mal, was ich für meinen Freund gebracht habe. Der ist aber schon blöd. Gotcha. Hurry. Biskuit. Hä, warum? Biskuit. Hä, warum? Die Olle. Ist ja schlimm, was soll denn das? Das fährt dann ja auch von mir weg, ey. Dieses Pling-Geräusch, versteh ich nicht so ganz. Bei den, ähm, lasso. Aber was weiß ich mir damit, ach shit. Was weiß ich mir jetzt damit sagen? Ja. 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 Das war's. Ja. 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 In die Waffen gekillt, oder? Hallo, ey, fickt euch doch! Fickt euch doch, ihr dummen Bastard, Alter. Ich kann mit Waffen auch wieder nicht ziehen, ist halt wieder geil, oder? Fickt euch, wirklich. Fickt euch doch. Medizin, da. Jetzt zerstöre ich euch alle, ihr kleinen Ficker. Also direkt das D-Spawns, oder? Ne, sowas ja lobe ich mir gar nicht, Alter. Was soll denn das? Ich kann nicht die Waffe ziehen, dann ziehe ich die auf, dann kann ich keinen Dead Aim mehr aktivieren, das ist so WTF, Alter. Aber es war schon so Momente, wo einfach diese 17 Untermenüs einfach alles gebrokt haben und ich einfach gedrückt habe, was ich wollte. Irgendwie ist nichts passiert, was ich wollte. Ich wollte zurück reiten, ja. Wollte ja, ob es da sein, das war so WTF. Okay, cool. Jetzt kann ich nicht sagen, ich verstehe jetzt nicht immer ganz. Dann wird es richtig los, oder? Ich bin dein geiles Fell. Dankeschön. Ich bin dein geiles Fell. Du bist mit deinem Fell. Du hast es richtig los. Ich bin dein Fell. Ich bin dein Fell. Du hast es richtig los. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Do you realize you look like a Backstreet Butcher, Mr. Morgan? When are we going to play dominoes again? Don't you overcook this now, Pearson. This will help the stoop. Thank you, Arthur. This camp could do with a few improvements. Why don't you take a look at my ideas? Just remember, my items are one of a kind, Mr. Morgan. You'll need to bring me the right materials first, Mr. Morgan. I need to take a look at him. I reckon I need to get my hands on some materials first Arthur How are you? Here Tom Won't take long Das war's. 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 Cool. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. So. Das war's. Das war's. Okay. Das war's. ... Okay. ... 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 Okay. Okay. Wie fett sich alles ich machen wollte? Ich, ich geb's auf. Ich aufgeben, aber ich sollte aufgeben, weil es macht kein Sinn mehr. Wird's ihr nicht einfallen. Es ist echt dunkel, Alter. Spiel mit den Uzzard haben? Okay, dann nicht. Wird's ihr bei meinem Seite? Ich glaube es ist es. Es fühlt sich, als ob wir nahe sind. Es ist ein rundown olde Plantation-Haus. Down in einem Baum irgendwo. Also Wochenende screwe ich nicht, da bin ich weg, ne? Bin ich wieder weg, ja? Und ich will nur ein Tag weg, ja. Wochenende bin ich wieder unterwegs. Bin ich leider nicht da. Und keep on going. Yeah, I've been here before. I can see the wrecked old Civil War weaponry. Where are the wrecked old Civil War all that? So was, die Mien hatten ja zum Glück und die Damen brauchen keine Sorgen drüber haben. Mhm. Mhm. Okay. Mhm. Hm. Da sollen die drinnen sein? Okay. Ist das für Sperren, für was soll die sein? Ja. 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 Das geht doch mal. Jaja. So f***g auf gehen. Ja. Heuer das. Someone is on the track. Was ist da? Schrei doch mehr rum, Alter. Schrei halt noch mehr. Ey, das zieht ihr da mit. Zieht das auch aus für dich, für die da mit. Bruder, Pol hat noch mehr Raum, Alter. Zu dichter. Ja, fick dich doch. Ich will extra schon mal so kurz steuern und drücken, um ein bisschen langsamer zu werden. Noch hätte ich jetzt auch, fuck, die sind schon langsamer geworden. Ich muss ein bisschen ausbremsen hier, aber es war ein Shit. Muss. I'll take the other side. You get in cover there. Silent Rifle? Ich hab keine Silent Rifle. Ich will nur andere Waffen noch haben hier. Das hier, Alter. So nicht? Nee, Alter. Die will ich haben und dann das, ähm. Springfield, äh, nee. Da habe ich Digger wieder. Ja, ja. So los machen. Ich anders spiele wirklich. Klar, das ist die beste, aber... Nee. Hm. Ja. 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 Ja, sie sind hier, gut. Und sie sind armiert. Almost ein Militier. Oha. Sie kamen all this way, so... Can you look again and see if you spot anything? Down by the road? We'd do well to draw them into one spot if we're gonna make a pass at this. What else? Hm. 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 Ja. Einiges. Hm. Ich glaub das wird dir nicht Sinn machen, oder? Hm. 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 Stay with him! Geht zu nerven. Das gleiche. Hallo? Excuse me, we can't get a little bubs. Kick die. He was cutting me, can I get it there? Let's go. Oh-oh. 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 Weil das fickern. Get your head down! Fuck dick doch, du kleiner... Pisser! Man, der hat sonst immer da richtig schön raufgeabbt. Der hat so nö-nö, Bruder. Nö, 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 nö. Gibt das nix für dich. Da war irgendwo ne rote Kiste, ey. War auch keine... keine Deckung. Wirklich... Wirklich. Böh. Scheiße, ey Ich will nicht das verfickte Gewehr haben Spiel, fick dich, Alter Nein, so nicht Ich hab nicht ohne Grund das andere rausgesucht, ne Wirklich Ist ja schlimm hier Okay Merk mit euch Merk mit ihm 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 Ah, hier bei der Taschenohre. Es gibt noch Waffen. Ich bin dabei, hier hat die Leute zu looten, ey. Ist schon. Mange Leute hier. Oh nein, aber ich habe es noch nicht gefunden. Wenn wir jetzt so eine Loot-Tasche hätten, wäre schon ultra geil, wenn wir Ultra 4 für die Staffel hätten könnten. Können wir auch zum Healer gehen, können die ganzen Staffel verkaufen. Geben das Geld einfach ins Camp, das würde auch gehen. Geht halt schneller. Weil die Leute, wenn man nur 10 Einten abgeben kann, dann muss ich wieder erneuern gehen. Können wir einfach alles verkaufen, verkaufen, verkaufen. So gedrückt halt direkt, kommt alles für einmal. Wäre direkt viel geiler halt einfach auch, ne. Ja, ja. Wie das jetzt mal gelooten bin, Junge, ne. Geld im Camp kommt aber nicht von alleine halt, ne. Das habe ich schon reingeschissen, weil ich einmal gestorben bin. Ich habe kein Gold mehr dafür, also. Weil ich jetzt halt keine Heilgestände benutzt, das habe ich damit eh dann nicht mehr geschafft. Weil ich habe ja gestorben. Geil. Ich bin mein Geilster. Ich will nicht nur Gürtel schnallen. Ich will auch was anderes haben hier. Irgendwas cooles. Ich weiß noch nicht was. Irgendwas cooles. Okay, das nehme ich auch mit. Rollen Taschenhau. Ah, den Taschenhau wäre toller. Aber ey, nehme ich auch. Manchmal nehme ich auch mit. Ich glaube ich nicht so. Up. Ups. Ich habe die Pferde gekehrt. Ah, 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 uh, ah Ach. Ah, everyone, ah, uh, ah, ah, Ups, ah, war nicht so gut. Platinenringer. Ohh, ach. Das habe ich mir jetzt auch nicht so. Hier noch einer, ja. Lenny? Was ist das denn, ich brauche Hefe oder was von den, ey? Das Haus ist zu, oder? Ist auch nicht los. Wer noch rein, oh! Ist auch noch die Nerven drin, ne? Hm, was ist das denn so geklappt, bei dem ich jetzt rüber gelaufen bin? Ne, ich habe keine Ahnung. Nico, lass ich hier ins Haus. Ah, ich kenne dich zum Gatling hoch. Natürlich kenne ich zum Gatling hoch, oder? Er hat überall die Dynamite hier stehen, also die müssen gefährlich. Shit, ich glaube, wir wollen nicht das mit dem Gatling hoch kommen, um die einfach zu verteidigen, wenn das neue Radwetter kommt oder so, oder? Nee. Er kommt doch hoch. Scheiße. Nee, man kommt nicht zum Gatling hoch. Schade. Ja, die bin natürlich echt gegen gelootet, aber so ist, so ist halt so. Kann ich auch mitleben. Lebe ich durch, ja. Nein, nein, nee. Ach, nein, ich darf die Wagen steigen, nicht so steigbar. Die Kiste soll ich so rum. Meine Güte. Ja. Fuuu. Mh. Okay, machen wir. Aufpassen, dass du da mit drauf hast, da geht es schneller hoch halt, ne? Das könnte gefährlich werden. Ja! Das will ich jetzt nicht sagen. Aber vielleicht schaffen wir es ohne zu sterben. Das ist wieder mit auf der Karte oder so. Äh. Okay. Keep a cool head. In one of our wagons. We was doing some business with your brothers back there. You don't look like any kind of folk you deal with. You look just the opposite. The goddamn pharaohs. Ah, f***t euch. Komm hier. Leonard, Leonard, Leonard. Kurz auf. Ah, naja, die Pferde, die campen sich richtig hoch. Naja. Die Kutsche ist auch... Kann man Kutsche sagen? Der Karne, oder? Der Karne ist auch ein bisschen schwerer. Jetzt ist die Träume an der Zeit wieder runtergegangen. Ich weiß nicht, ob ich nichts geändert hat. Die Träume zu geben sind die ganze Zeit stabil. Also... Ander, wo gar nicht die anspruchsvolle Szenerie, sondern muss sein, weil... Ja, auch nichts geändert hat. Teil von anderen Gegner, aber... Stabile 50 FPS wie die ganze Zeit schon. Ja, so do I. That's my better judgment. Just... You worry about you. He wasn't on Leviticus Cornwall's train with me. We had to dig him out of Blackwater. But... That's not but nothing. Me and Dutch. And everyone who counts. We know what you think you're doing. Aber ich muss voll mit die Pferde. Das ist gut. Ich bin nicht gemütet. Also auch schon mal gut, ne? Gute Sache. Oh, danke. Ich muss nicht die ganzen Wixler da zurück reiten. Das ist gut. Da sind sogar Fehler. Eine richtige Luxus-Kutsche hier. Nice, nice. Nice, 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 nice. Hey, the camp's in these trees up here. Let's get there. Offer, Lenny. Coming back. These are fine, Raffles. Right? I'm gonna keep one. Just for me. Nice. I always enjoy riding with you, kid. Nice. Neue Waffe, oder wie? You know how to fight. Hey, you too. Anytime, Arthur. Bolt Action, we are fine enough. Er ist ab jetzt im Geschäft modifizierbar. Fliegel ist auf dem Raum, okay. Okay, ja, okay, ist klar. Äh, schau, dass wir sehen. Okay. Also ein Gewehr, was aber eine niedrigere Nachlagerzeit hat, dadurch ist es halt einfach halt geiler auch zu buttern damit. Heißt, äh... Und ja, heute fünf Schuss noch ein Magazin rein, das ist ein Nachteil von einem normalen Gewehr halt. So einen Schuss, ob wir es haben, wir haben halt mehrere, das heißt, wir können es echt mal modden erst mal da, aber die geilen Stuff noch packen haben wir nicht. Let's go. Lass uns da mal geilen Shit reinkloppen. Würde ich sagen. Oh. Na, da, waren wir noch geschafft, hat gestruggelt ein bisschen, aber er hat es geschafft. Das ist gut. Dann müssen wir auch nicht diesen komischen Weg da rein, was straight über den Höherruber war, warum auch nicht. Dann wird es in den Büchsenmacher anlassen, was geiles da aufschrauben. Guck mal, wie es jetzt erwürt. Welche Nachrichten, ey. Oh, die muss auch was leer, muss ich nicht mal zum Laden anstecken. Ich muss nicht vergessen, meine Uhrrechte zu laden, dann liege ich im Bett und ich sage, warte, ich werde jetzt echt penne, aber die Uhr hat erst so 40% Akku und ich sage, okay. Maybe jetzt keinem der Punkt, damit schlafen zu gehen. Warte, dann ist halt morgen früh leer. Nicht leer, aber. Äh, nicht mal ewig noch wach und warte, dass die scheiß Uhr voll ist und das ist immer so, äh. Äh. What? Oh, da unten. sicher so ist das eine ok passen Keine Ahnung, bin ich aus dem Krieg nach Copca noch oder nicht? Volt Gewehr Das Springstück ist auch nicht so gut, sag ich mal, vom Start her Lauf Ja, macht sie nicht, da ist aber schon ein bisschen besser Du wirst die Unterschiede Ah, doch hat sie gar keine Ziffern, aber doch hat die Ziffern auch Schafft Ich weiß nicht was da oben, die anderen Leute und so, da sieht es schon schöner aus Ich weiß nicht, sieht es immer kacke aus Jeder, jeder, komm Dekoration, Metall Wunder Typ Dekoration Aller sieht ganz gut aus eigentlich jetzt rein leder lackierung sieht schon wieder so was sieht auch gar nicht noch anpasser das ist ja wohl ein anderes lieber aufpacken jetzt sieht das schon ganz gut aus eigentlich oder ich kann noch welche kaufen ja wahrscheinlich kann auch immer noch diese jagd sachen mitnehmen hier wie von der maus ist aus ist nicht aus das spiel hat was keinen bock auf meine maus jetzt ich bin sorry partner können wir dir helfen warte mal ich will mal spiel speichern gucken was passiert wenn wir dir helfen ob wir jetzt denn dann irgendwie cash von ihm bekommen ausrauben wahrscheinlich schon ist nicht der strom ist teuer ich glaube nicht dass das stand oder oder Excuse me? Mit ist der Spielstand entladen, ja. Können wir ihn nicht ausrauben, weil wir zum Beispiel keine Affen nutzen dürfen, oder? Ich hab's noch nicht, ich hab's ne... Keine, ich... Ja, wenn man irgendwelche Aktivitäten kann man irgendwas machen, aber bringt das was? Ich konnte auch die Arttics machen, weil ich nicht die richtige Outfit, also richtig... Manche da eine große Frage, weil ich einfach diese Hinweistexte nicht verstehe, weil die zu schnell durch sind oder zu unverständlich für mich sind. Was wollen sie von mir? Ich soll jetzt reiten und nebenbei oben lesen, was ich jetzt freigeschalten hab für mein Pferd, was ich jetzt kann und wie die Steuerung funktioniert. Ey, ich bin nicht so die ganz Smarteste hier auf einmal, oder? Da ist ein Punkt, was das echt scheiße macht für mich halt. Nur gelesen kann man auch sein Problem, ansonsten schwierig. Hey, that area's for me only! Nuh-uh. Hm. Oh, hey. That's a piss-pull move. Hm. I wanna, to see what's in that basement. Hm. Hm. Dramatisch. Right now. Nothin' and no wurs down there, I swear! Well, why don' I be the judge of that? Open it now! Ja, ja. Ja, ja, natürlich, natürlich. Den Junge schläft da unten. Hm. Was kommt damit hier? Oh, thank god. That's some kick. Don't shoot me, please. Just, just leave us me. Oh, oh, finally. Thank you. Thank you. Oh, 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 oh. Please forgive me. I know it was wrong. I just couldn't face that he was gone. I was teaching Sammy how to hold the rifle proper out by the river. The recoil shot him backwards. That's the aim of the river. The water pulled him downstream so quickly. It all happened so fast. I didn't know what to do. What the heck? Wo sind wir reingeraten, ey? What? 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 You remind me of him. You look just random random. I'm so sorry. Please forgive me. It's too late for apologies. You just count yourself lucky that I don't kill you for what you did. Sehr leckere Waffe, oder? Der ist einfach hier. Was ist der F***, ey? Oh je, was für eine kranke Scheiße ist hier passiert, Alter. Hausraum, Kasse. Oh, nö. Nö, das haben wir nicht nötig, oder? Oh, schafft sie mal. Hattest du eine Rifle bekommen, hast du immer nicht? Ja, 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 hat doch der Maul. Mann, steig auf Biskuit auf und renn nicht dahinter. Ja, da ist schon wieder. Ich steuere irgendwo hin und er macht, was er will. Oder ich drücke eh und er rennt einfach hinter das Pferd und guckt, das Pferd einfach auf den L. Nein, das ist noch zu woge, I don't know what I, what I, what I do. Ähm, ich weiß auch nicht, aber wir müssen weiter aus dem Kreis heraus, okay. Lücke ab. So. Oh, Wildgewehr. Also, explodieren wir jetzt noch, laden, ne? Ja, klar, dass da wird noch mehr, da wird aber sowas, ist eigentlich ganz gut. Schießkontroll von Geschwindigkeit her, ja. Morningblock, wer hat das schon? Pumpaction, Bogen. Wo ist das? Hä? Findest du nicht, was für eine Tote waren? Überhaupt noch eins. Doch, da ist es da. Die kann ja nicht sein. Die kann ja die ganze Zeit ja schon. Express-Movition, also. Die kann ja nicht sein, was für eine Tote waren, was für eine Tote waren. Was zum Fick, Alter? Biskuit, komm her! Du dumm Fick, er hat mein Pferd gekillt, Alter. Biskuit! Girl! Girl! Biskuit! Streicheln, führen, füttern, füttern! Bittige Girl, hier. Oh je. Was war das? Der Kutsche explodiert, oder was war denn das, Alter? Boah, war denn das grad, bitte? Halt, die haben mein Pferd gekillt, die Ficker. Sechs, doch, die sind richtig viel Kerschen hiermit, Alter. Was war das denn? Wo ist es direkt dead gewesen nach der Explosion, was war das für ein Scheißhinterhalt, Alter? Richtig asozial, Alter. Ich kann gar nichts machen, ich kann einfach hier lang nehmen, ich bin ein Explosives hier. Am Explosiven in der Kutsche und ich flieg von dem Pferd rück und da sind irgendwelche Leute, die ich mir auf den Pisschen. Ich war einfach gefühlt, ich wusste gar nicht, wie viel Waffe jetzt bekommen habe, auf den Plan und jetzt geht so ein Scheißhinterhalt, Alter, excuse me. Nee. Alter. What the heck? Meine Güte. Hatste geschafft, ich hätte nicht gedacht, dass es klappt, aber doch, hatste geschafft. Er hat einen Mund. No, Bisküte. War eine schöne Zeit mit dir, jetzt musst du erst sterben. Ich weiß nicht, kann ich nochmal einen Pferddecker finden, ich habe keine Ahnung. Wenn man sofort direkt zurückzurufen hat, war ja direkt der, weil sie dann noch aufgebaut hat. Ich weiß nicht, ob die Explosion direkt gekillt hat? Wahrscheinlich, oder? Boah, ich habe nicht gedacht, ich merke, du konzentriert dich zu sterben halt, da irgendwie, ne? Die haben wir zur Lagerkasse noch und bringen ein bisschen Cash weg, oder? Würde ich sagen. Joa. Beitrag leisten. Klar machen wir das. Das muss nicht mehr gehen. Jetzt auch nicht. Ach, guck mal da. Nur vor mir mal nichts ab. Boah, mit dem... ... 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 das ist er weiter leisten dann lehrt hast du noch enter ich weiß ich werde ich mir das bin ja das sound kommen der jetzt ja diese glocken was nicht habe ich gar nicht ganz verstanden wird zu tun ich bin jetzt zehn dollar uhren kommt trotzdem nicht immer also die ganze zu alter die pferde abgeholt kaufen die die zählte tasche oder ihr kicken schon richtig rein ja die menge qualität der verarschaft bei amazon hat sich erhöht ja 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 kein problem geil war ich dir aber nicht so schlimm da ist es nicht so schlimm auch hier ist moni hinten schon ach das ist ein zelt ok macht sinn ob wir jetzt so einen brandsitz auch kriegen oder was oder brauchen wir jetzt so ein leichter brandmüll zu über dem tierfeld craften kriegen wir die wahrscheinlich nicht das würde mich geraten dann aber was man sonst dafür da Die haben wir da, das ist voll. Geht eher so Expos, äh, Expos mit so ein bisschen nicht so ganz, ne? Naja. Zum Rauchen kriegen wir das ja auch noch. Ohne Möglichkeit. Na gut. Hier ist noch was für die Cut für heute, Boys & Goods. Warte, ich spiel leer, spiel, was da geht. Dann sehen wir uns am Mittwoch wieder zu einem wunderbaren neuen Livestream, um 18 Uhr. Äh, wünschen wir euch schon Abend und, äh, gespeichert? Jo. Ja, das sperren wir nochmal. Oh, wünschen wir euch schon Abend und ich hoffe wir sehen uns, äh, wieder wieder um 18 Uhr. Bis dahin, habt wir euch schon Abend und ich muss auf Klo. Gänzt im Wasser, im Wassermarsch aus Bullern. Tschüssi! Jo, das hat super funktioniert. Wir werden sehen. feels bad. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.